Game Keys und Game Cards. MMOGA. Dein Gaming Spezialist mit Kampfpreisen. Moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal mit eurem Brocken. Ja, in diesem Video möchte ich euch einmal die besten Slot Items für den Furorkrieger zeigen, welche ihr dort aus den NAC, HC oder Mythischen Instanzen, je nachdem was ihr schon gehen könnt, mitnehmen solltet, um dort einfach mit dem Furorkrieger die maximalen DPS-Zahlen rauszuholen, die aktuell möglich sind. Es sind nur Items aus Instanzen, da Uldir ja noch nicht draußen ist. Des Weiteren haben sich die Porn-Werte für den Furorkrieger ein bisschen geändert. Ich habe hier in der Videobeschreibung unten die neuen Porn-Werte direkt hingeschrieben. Die könnt ihr euch dann dort direkt rausschreiben und könnt sie bei Porn eintragen, um den maximalen Schaden zu machen. So, fangen wir auch gleich einmal mit an. Ich werde jetzt im Dungeon Compensium hier unten, werde ich euch jetzt die einzelnen Instanzen hier anklicken und werde euch dort ganz kurz die einzelnen Items vorstellen, welche für den Furorkrieger die besten Slot Items sind, damit ihr diese euch dann selber natürlich notieren könnt. Fangen wir nun einmal mit dem Kopf an. Für den Kopf geht es einmal ins Schrein des Sturms. Dort bei dem Endboss müsst ihr einmal hingehen, hier unten. Und dann Helm der abgrundtiefen Bosheit euch sammeln. Das ist aktuell der beste Slot-Helm, den ihr für den Krieger bekommen könnt im Furor. Hat einfach auch die besten Azerid-Fähigkeiten, die es aktuell gibt. Bei der Halskette brauchen wir nicht lange drum herum reden. Da ist es das Herz von Azeroth. Da braucht ihr nichts anderes anlegen. Bei den Schultern geht ihr einmal in den Freihafen, auch hier unten bei dem Endboss einmal wieder rein und holt euch dann hier die Schulterstücke. Das sind die schlundsperrende Schulterplatte. Auch die haben wieder aktuell einfach die besten Azerid-Fähigkeiten, die es für den Furorkrieger gibt. So, dann gehen wir rüber zu dem Rücken. Da ist es in Altadazar, müsst ihr dort reingehen bei dem zweiten Boss. Und da müsst ihr euch dann den Rückentuch des treuen Vasallen holen. Der zählt aktuell mit zu dem besten Rücken, die ihr bekommen könnt. So, dann gehen wir weiter für die Brustplatte. Da müsst ihr einmal in der Tiefenpool reingehen und bei dem Tiefenpool den letzten Boss machen, die entfesselte Monstrosität. Und dann holt ihr euch hier die Arterien schützende Brustplatte. Das ist aktuell hier auch wieder mit den Azerid-Fähigkeiten die Best-im-Slot-Brustplatte, die ihr für den Furorkrieger bekommen könnt. So, für die Handgelenke müsst ihr einmal in das Riesenflöts reingehen und dort Azerog machen, den zweiten Boss. Und dann holt ihr euch die Steinzorn-Unterarmschienen und legt die an. Wie gesagt, das zählt für NAC, HC und Mythisch natürlich. Das ist egal, wenn ihr gerade frisch 120 seid, dann natürlich versucht es im NAC zu bekommen. Wenn ihr schon ein bisschen weiter seid, dann natürlich im HC oder im Mythischen natürlich, wie gesagt, ist egal, in welchen Schwierigkeit gerade ihr sie holt, sie zählt einfach Best-im-Slot. So, ja, nachdem ihr dann dort drinnen wart, geht es einmal in den Tempel von Cetaris. Und wenn ihr dort einmal angekommen seid, dann geht ihr hier einmal zu der Schlange, zum Merek-Tar, holt euch dann hier die fangzahnsichere Stulpen. Das ist dort aktuell für den Furorkrieger Best-im-Slot. So, dann geht es weiter. Jetzt gibt es gleich einmal den Hauptgürtel. Der ist in Königsruh, der ist nur beim Mythisch natürlich zu bekommen. Bei dem dritten Boss hier, da wäre es dann aktuell der Best-im-Slot-Gürtel, Gurt der verderblichen Läuterung. Solltet ihr diese Instanz noch nicht freigeschaltet haben oder seid noch nicht bereit für Mythisch-Instanzen, könnt ihr alternativ statt Königsruh und hier den dritten Boss, den Gürtel, könnt ihr hier auch alternativ, wo es ist, das Kronsteig anwesen. Dann macht ihr hier den ersten Boss und holt euch einfach Gürtel der wachenden Gleichgültigkeit. Der wäre dann alternativ die beste Option, solange ihr halt noch nicht hier die Königsruh reingehen könnt. So, bei der Hose müsst ihr einmal wieder in den Freihafen reingehen, dort in den Ring der Beute und dann die Hai-Wasser-Watthose euch holen. Die zählt aktuell Best-im-Slot für den Furorkrieger. Ja, bei den Schuhen ist es Boralus, da müsst ihr reingehen, dann hier den dritten Boss, Hadal Dunkelgrund nehmen und dann holt ihr euch hier die Senkstiefel. Die sind dort aktuell Best-im-Slot für den Furorkrieger. Alternativ könnt ihr da auch andere Schuhe zum Beispiel, da könnt ihr alternativ auch hier die zum Beispiel hier wählen. Das ist glaube ich vom, wo ist er, na, vom ersten Boss, genau. Da könnt ihr alternativ auch erstmal dann zum Beispiel von Althazar hier die geschmückte Ritual-Sabatons anziehen. Die sind alternativ dann mit die beste, die zweitbeste Wahl, solange ihr halt Boralus noch nicht gehen könnt, könnt ihr dann diese Schuhe hier alternativ euch einfach anziehen beim ersten Boss vom Althazar euch die Schuhe holen. Ja, bei den Ringen, dann müsst ihr einmal der tiefen Pool wieder reingehen. Direkt hier oben beim ersten Boss Ring der pulsierenden Venen euch holen. Das ist aktuell der erste Ring für das Best-im-Slot-Item. Und danach geht ihr wieder in den Freihafen, dann hier das Kapitänskomitee machen und da holt ihr euch dann Siegel der fragwürdigen Loyalitäten. Das ist dann der zweite Ring für die Best-im-Slot-Items für den Furorkrieger. So, kommen wir ja nun zu den Twinkets. Ja, bei den Twinkets müsst ihr einmal hier in der Schrein der Sturms gehen. Dort bekommt ihr gleich beim ersten Boss salzige Seepocke. Das ist aktuell eins der, oder das Best-im-Slot-Twinket für den Furorkrieger. Das erste und das zweite, was ihr euch holen solltet, das befindet sich in Althazar, befindet sich das bei Resan, dem Dino. Resans glänzendes Auge ist aktuell das zweite Best-im-Slot-Twinket, wenn ihr Furorkrieger spielt. So, jetzt kommen wir natürlich zu den Hauptsachen Waffen. Waffen, wie viele Leute von euch haben jetzt schon so sabber in dem Mund und warten auf die Waffen? Richtig, wahrscheinlich die meisten, denn zu Legion gab es das nicht. Jetzt habt ihr natürlich auch wieder die Möglichkeit, euch die Furohrwaffen zuzulegen. Ja, fangen wir einmal an mit der ersten Waffe. Die erste Waffe bekommt ihr im Freihafen bei Ring der Beute. Das ist Juwem-besetzter Heißspalter. Ja, den müsst ihr euch einmal holen. Solltet ihr dann die nächste Instanz noch nicht gehen können, das ist wieder Königsruh, dann solltet ihr euch diese Waffe erstmal zweimal zulegen. So, ansonsten einmal den Juwem-besetzten Heißspalter aus Freihafen vom Ring der Beute und dann geht es einmal hier nach Königsruh, dort den Endboss und dann holt ihr euch Gitti, IQ, Schnitt des Todes noch. Dann habt ihr die beiden Best-in-Slot-Waffen, die es für den Furohrkrieger aktuell gibt. Ja, das war es dann soweit auch schon wieder von der Info von mir für die Best-in-Slot-Items für den Furohrkrieger aktuell. Wie gesagt, wenn Ulti rauskommt, dann mache ich auch ein Video, was sind denn aktuell die Best-in-Slot-Items mit den Ulti-Items mit eingerechnet. Aber da gibt es aktuell zu noch keine großen Tests. Dementsprechend kann man hier jetzt nur die Sachen nutzen, die natürlich verfügbar sind. Deswegen, also bitte hier keine Kommentare, äh, das ist nicht best im Slot, Ulti-Sachen sind besser. Ja, Ulti-Sachen haben wir noch nicht getestet, daher können wir auch nicht sagen, ah, das und das Item aus Ulti ist besser. Ja, wie gesagt, wenn euch die Information wieder gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen, denn weiß ich das ansonsten. Wenn ihr Fragen haben solltet zu Alternativen oder, oder egal, was ihr wissen möchtet, schreibt es mir unten in die Kommentare, dann werde ich das so schnell wie möglich beantworten. Und ansonsten wird morgen am Sonntag Best-in-Slot für den Waffenkrieger kommen, für die Leute, die es jetzt hier unter den Furohrkriegern noch interessiert. Und ansonsten, wenn ihr von mir nichts mehr verpassen möchtet, so könnt ihr jederzeit gerne unten rechts einmal auf Abonnieren drücken, dann seid ihr immer auf dem Laufenden, was ich gerade wann wie und warum mache. Ansonsten wünsche ich euch allen auf jeden Fall einen angenehmen Samstag. Haut herein, ich bin raus, euer Brocken.